Die sich ihr angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Wohnung befindet sich im Kreis Heilbronn. Das im Jahr 2007 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 39 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 470 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017